Hast du dir ein Mob? Ja. Ich schlöte ihn an. Ich habe gestochen immer zu Angler gespielt in einer Gruppe. Ja. Wir haben ein Lobby in der Nähe. Und mein Lobby war ab. Ja, damit habe ich dich auch in der Lobby steuer. Ich habe keinen Bock mit Angler in der Spiele. Will du schauen? Will du sagen? Ich bin. Und warum. Ich habe hier. Okay. Schauen wir mal bis vorne. Er hat uns einen Scheintre mega schlimm also Ich dachte auch, das ist von der Siewenzig zu von der Siewenzig Ja. Butter, Butter. Da ist der süchtige Scheiß drin, bitte. Ah, ah, lo, ja. Na, look at that. Du wirst schon in den Shop gehen. Dann können das. Und dann können das. Was ist das? Das ist schon die ganzen Dinge ausgemacht. Ach man, den Ding, Ramon. Der Sprachchat. Ich war mal ein bisschen zu viel auf den Sack gegangen, die da stehen. Da war eine Weide in der Trümnöme gebläert, weißt du. Das finde ich nervös. So, gesamte Lobby. Was ist sie? Oh, guck mal. Team Deathmatch. An Alistraja, schaltet die Feinde aus. Ich bin deine Deckung. Ich leute! Ach, das geht doch schon sein Scheißdingeschick. Wie ist da? Bist du okay? Hallo! Bin hinter dir, Soldat! Ah, Marcel, tut mir leid. Ich... Alles gut. Ich gehe jetzt. Ich werde beschlossen. Lange halte ich nicht mehr durch. Gut. Ich habe jetzt Feierabend. Ja, endlich. Verrutt und Schmerzen eigentlich. Ah, ich wollte Bescheid sagen, was ich sage. Gegen neun ungefähr, mich zu Hause. Okay. Falls ihr denn noch da seid, würde ich nochmal reinkommen. Okay. Okay. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Ist das die ihr CD, oder? Ja. Äh, momentan ja. Ja. Okay. Okay, okay. Dann sage ich mal, bis später. Okay, bis später. Bis später. Jo. Ah, den E-Panner, du hätt mich richtig brutal gekriegt. Boah, und ich so habe es von da, da habe ich gesnuppt. Ich gebe dir Rückendeckung. Ich liebe ab, kein Aim halt, also... Hab ihren Schatz und ich verledigt. Ob mal die fucking Granaten, du geile Schwiererunde. Ah. Nein, für den mein E-Kill-Soldat. Ah, nee. Hallo? Moin. Pader, Kavin, was hast du? Hast du hallo gesagt? Jo. Ich hab mich schon schön geblänt. Pader. Ich finde, ich schon so geblänt, ja. Oh, ich warte mal. Oh, mei, guck da, der du, Mann. Ist mir egal, du könnt auch mein Pumpgun. Ja, Double Kill. Ich komme mit der Pump. Ach, da kriege ich zu Ende. Oh, was du okay? Oh, was du okay? Na, na. Ah, fuck. Ich weiß, wie schnell switcht. Feindlich entführung. Oh, fuck. Ah, kein Wünscht. Verbündeter Luftschlag unterwegs. Olaf! Mann, da kriegst du einen Narzisst. Was ist das? Hey, spiel doch Cospo, what the fuck. Schau mal einen. Ich hatte Lashka auch einen, der nicht gespielt wie ein Maschine. Nein. Vögelperspektive aktiviert. Verbündeter Luftschlag im Einsatzgebiet. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Nein! Komm raus, komm raus, komm raus. Rrrrrrrr. Feindliche Krafttermine eingesetzt. Ah, da kommt sie auf der Trab. Ah, zu zweit. Zwei. Ja. Feinde! Degelass. Was darf ich? Ich siehste noch nicht! Granate geworfen! Jetzt konnte ich die nicht durchgehen lassen. Mipi! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Feind hat einen Mörser-Brattestartet, in Deckung! Ah, da kannst du Crossball zeigen. So, fucker, geil. Bomben drüber eingesetzt! Verbrindete Bomben zum Aktiv! Wir haben dich ermischt! Züge nicht markiert! Frühschuss im Eingegeben! Ich sehe den Fall! Wir haben den Herzen! Oh, du knallst tot! Leitzahl, du umwürdig sind wie die Lande! Ich stehe unter direktem Beschuss! Wir haben die Tore! Ich hab mich erwischt! Schon eh wird doch hier bodenlos! Oh, hat das gut getan! Komm zurück! Ich will dich fassen, du! Ich will dich fassen, du! Es war... Hä? Okay. Alles gut. Easy! Hab Ihren Scharfschützen erledigt! Oh, wir bleiben ruhig! Einmal aufgescheitert! Ich weiß, dass er... Fortschützen! Ha! Ha! Tschuldigung. Ja, ja! Oh, das sind die dreckige Schweiler, du! Ja, ich glaube, der kommt den Nerven zu in der Pfeiler. Okay. Ich schwöre, der mit in der Pfeiler geht mir so im Sack. Ja, das ist okay. Komm auf hier, als wäre er immer hier bei Walking Dead, weißt du? Daryl Dixon. Und Daryl... Und den Aspekt beim Schimmel ist nicht in der Reihe, aber... Der wird Evalyev, what the fuck. Da kommt ein Feind, ich habe ein Mörsler-Schlag! Ja, hat sie mir noch Schiebsen. Ja. Ja. Guck, Elis! Mission erfüllt! Gute Arbeit! Guck schon, Elis! Yay! Guck, Elis! Guck, Elis! Guck! Guck, Elis! Ja! Guck, Elis! Guck, Elis! Guck, Elis! Guck, Elis! Guck! Guck, Elis! Guck, Elis! Guck, Elis! Guck, Elis! Guck! Guck, Elis! Guck, Elis! Guck! Guck! Der selber. Wieso? Hähren ist denn die nicht dabei? Ich? Weil wir am Discord sind. Hallo? Ja, ich hähren ist. Die lern? Hallo? Hallo, Hähren ist noch. Ja. Oh yeah. Warte. Das ist weil wir am Discord sind. Das ist nur am Chat. Also nicht am Discord. Oder sind alle am Discord? Ja. Disney! Nicht Disney als Discord, Mann. Ich komme ran. Das war auch im Sturm. Ja, in-game. Ja, aber du bist gestummt auf Discord, Mann. Hä? Ah, das ist nicht falsch. So. Lo. Lo geht dazu. Ah. Moin. dann. Nee, nee. Nee. Uuuuhhh. Ooohhhhhhh. Es ist eh... Vamos! Man hat zwei Wogen in Rood und die Roodernas finden zwei Wogen nachher. Mit den Roodernas? Naast den Roodern? Der Melvin. Ich muss noch ein paar Wochen schlafen gehen. Ich muss auch noch schlafen gehen, aber es ist schon... Der Melvin ist unter dem Kangelow. Ich habe keinen Lauf. Wir finden, einmal die Roodernas... Wir fragen doch mal, dass ich mich nicht bei mir schlafen kann. Aber das versteht nimmth. Mit der Roodernas? Ich guck nicht, wie es geht. Den Träger aus der Karin rauszuholen, dann geht es besser. Es ist sowieso, das soll E-Kitten an der Süße, an der Katrinerin bei. Und der Karin muss zwei, sie nehmen an der Lobby. Und da starten sie an, die anderen joinen dann noch. Dann haben wir noch gute Probleme. Wirklich, wie schon was geht, Geld? Hm, Wachsack. Ja, aber nicht die Minage immer so, ey. Minage. Ja, aber nicht. Ich schneide es direkt an. Ja. Ja. Was ist das denn? Was ist das Problem? Weil ich die Pisse nicht bin. Lüner war für du relativ schnell ein Fund, ne Babo? Ja. Na? Ihr seid das Problem. Nichts nervös. Püsst du, wo war der Chef vom Gaming-Kaffee? Hm? Nein, ich weiß nicht, mein Motto ist. Ah, pardon. Der Chef war gestern am Gaming-Kaffee. Ja. Ja. Mal sehen wir eine neue Freundin. Ihr Tricke. Ja, das ist mega fein. Ich habe nicht gesagt, definitiv viel mehr wusste als die anderen. Ja, klar. Ja. Kannst du deinen Kuhn kippen? Ja, den kannst du auch schwellen. Ja, den kannst du auch schwellen. Ne, kein Problem. Wenn nicht, kannst du auch den PVC per schwellen. Den ist, äh, gar von die, die größten Typen. Ja. 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 Are we not German? Belgien? Nope Check your language It's the neighbour country of Germany What is it? In French What do you mean in French bruv? You're not French Are you from a small country? Yeah Yeah it's that little shitty one in the middle Yeah the shit one Yeah the richest one in the world Yeah that's the shitty country Man said rich That's because the population is so low you spastic You ain't got no people You ain't got a Bentayga truck Doesn't matter Have you got a Bentley? No Why do I need a Bentley? What the fuck you wanna do with a Bentley? I'm gonna bend your fucking head What the fuck you wanna do with a Bentley? What's that shit? Drive a real car You have a real car What the fuck is not a real car Are you from Luxembourg? Waltz Royce what the fuck I'm doing with a Waltz Royce Do you think I want a drag race? Nah that's bullshit it's for kids I want a real racing First of all A real car is a Porsche GT3 RS A real car is a Porsche GT3 RS Okay that's the king of the street First of all Yeah shit car You're gonna get smoked by a Bendy Yeah yeah Even a fucking Lesley Yeah we go to Nah GT4 is not the king It's Who's holding the record in Germany? It's the Porsche GT3 No one cares about Germany You guys have to drive Yeah range rover Yeah 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 You know what you can do It's a pool He's going to do with your pants I'm sure man You just run with you You can't Waltz Royce The fuck with Waltz Royce I can't win You can't hardly complain with you Waltz Royce What do you do with my penis? Yeah. I understand you That's what I am Ich bin der Lange, das ist besser als G3RF, ich will fucking slapen. Denen, du hast einen Axtrein. Ja, ja. Denen, du hast einen Axtrein. Schau, geh, 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 geh. Ich fucking hate Porsches. Das ist ein Micro-Karren. Du hast einen Micro-Karren. Du hast einen Dreck-Racing. England hat's the best cars, by far. Na, Germany. Du bist ein Feuerstub. Deutschland hat's the best luxury cars. Deutschland hat's the best luxury cars in the world. Was ist denn das? Nein, Luxury-Cars! Du f***ing Spastik! Nein, okay, du willst Luxury-Cars. Die frische haben die größte Fahrzeuge in der Welt. Nerox, Nerox, es ist okay. Ich bin nicht nur ein Fahrzeug, ich bin nur ein Fahrzeug. Ich bin nur ein Fahrzeug, ich bin nur ein Fahrzeug. Ich bin nur ein Fahrzeug, ich bin nur ein Fahrzeug. Wir haben, wir haben... Wir haben, wir haben... Wir haben Aston Martin, McLaren, Rolls Royce, Ben Lee. BAM! All those are trash... ...on racing tracks. All those are trash. Okay, no, one is the McLaren P. The McLaren P1 is a good car. I said Luxury, you piece of s***. I don't give a s*** about Luxury, I wanna race cars, dude. What the f*** are you doing with Luxury cars? I wanna drive Luxury-Cars. You won't have the f***ing Tings in your car, then. No, you won't drive Luxury-Cars. You'd f***ing rep it on a train, you'd die. Yeah, yeah. Yeah, yeah. You know, you know what's funny? You know, you know what's funny? That you guys have to drive to Germany to drive at least 250 kmh on the highway. No, because... Nah, nah, dude. Yeah, yeah. Hitler's a dream. I'd rather just ride down the M1. Yeah. You guys have Luxury cars, but you can't drive them. Because your country is s***y. You have speed limit. You guys have speed limit. You have speed limit. What the f*** are you going to do with your 400 horsepower Bentley? Nothing. You do nothing. You do nothing. I'm wrecked down, dude. Yeah, yeah. You do nothing. You do nothing. You must go nice, man. You must die. You're a f***ing Dutch company. Dutch, I'm not Dutch. Hey, wherever you are, mate. Mate, we can both be in the same car. German people are f***ing on camera anyway. You're a s*** on the way, man. You're a s*** on the way, man. You're a s*** on the way, man. You like the way it comes, huh? CUT, 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 CUT. Yeah, you are a c***. You like the way it comes. You are a c***. Nah, thank you. CUT. Thank you. F***ing poor bitch. M5 is way better than your f***ing world's voice. Even it's the same country. You even? Man, I don't shut up. I speak when I want, no? Nah, M5. Way better. English. In what sense? In everything. The Germans are betting up in it. M5 is not a luxury club. M5 is not a luxury club. They're not a luxury club. No, no. They're not a luxury club. Yeah, Ben Tager truck. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, hard. Aston Martin truck. Hard. Range Rover. Hard. Yeah. G-Wagon. Hard. German. The G-Wagon is the f***ing most cheapest SUV in the world. 50 grand for a reason. 50 grand for a reason. Shut the f*** up, dude. No f***s. 50. No f***s. No f***s. No f***s. No f***s. No f***s. Yeah, you f***s. Yeah, in English. Yeah, yeah. No, you f***s. Little f***s. You f***s. You know nothing about cars. You never saw a Dux-Wagon. You never drove one, dude. I need an shot. I don't need a call of duty. You get to play. Oh, you just pack your car. Yeah, we should one kill. Shut the f**k up, dude. Get good in the game. Yeah. 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 oh shit aber man weiß doch nicht du wirst du nicht so ja ja du wirst hier jemals wenn du warum wirst du wenn ich wirst du nicht wirst du nicht Schau. Die sind nicht. Sie lieben Deutschland. Sie lieben Deutschland. Sie lieben Deutschland. Sie lieben Deutschland. Sie leben in Luxemburg. Sie lieben Deutschland. Die sind in Luxemburg. Luxemburg ist der Schiff. Ja, ja. At least wir können in der Stadt in unsere Stadt um sich nicht knifst. Wie Sie in London sind. Ja, ja. Ja, das ist passiert. Ja, das passiert. Ich bin nicht so. Ja, das passiert. Ja, Sie lieben nicht. Was ist denn ein Aisch, Mann? Alter, du bist voll an den Aisch. Einen Bus stopp. In England? Wenigstens können wir mal deine Schwänze sehen, ob man da ist. Die Runde ist verloren. Wir sind auf die Nähe. Lachs in die Kase. Wie ist denn ein Aisch? Wie ist denn ein Aisch? Die Runde ist verloren. Die Runde ist verloren. 50 G's. 50 G's. 50 G's. Du voll, Idiot, Mann. Du bist so dum. 50 G's, Mann. Wie ist ein Golf GTI für die Option, Du Idiot? Dickhead. Ich muss mich, Mann. Ich muss mich, Kral, Mann. Ich muss mich, Kral, Mann. Nicht für Kral, Mann. Ja. Mann, Mann, Mann. 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 50 G's for G-Wagons 50 G's for G-Wagons 50 G's for G-Wagons 50 G's for G-Wagons That's what they are Facts 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 50 G's Facts 20 G-Wagons Autotrader Autotrader Bist so behindert Discuter Du bist einfach nur ein Stück Scheiße Behindert Vollidiot 49 K, yeah G-Wagons I can't do it I can't do it Brabus Yeah Brabus Yeah Brabus I mean Lutz Schwanz I can't do it You're crazy You're crazy It's not worth it It's not worth it He's doing my fucking head in Little fucking panache I'm fucking sure I'm a piece of shit Yeah You're crazy You're crazy idiot That one needs to put him down a peg It's not worth it It's not worth it He's crazy man He's so crazy man What's that man? Let's go I'm going to 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 go No 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 Oh No 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 Hey Hey Oh Fuck off your Polish gun Das russian, first of all No, you fax Fucking bozo prick Fucking monkey You're so dumb, sorry I have a lot of nationalities I don't care about you, whore Thank you Your mother is my idol Because of that I'm a whore Go have fun in your Yeah Yeah, UK Yeah Be proud of your country Yeah Go say hi to your queen, come on Dickhead I know, she's dead, sorry Yeah So have a nice evening my guys It was fun Paki, Paki, Paki Dickhead 50 G's for the G-Wagon Vollidiot Du musst beendet Weil du fängt 50 Mill Hi Hoppel, was geht denn bei dir? Aber ja, wir haben da ein bisschen Krieg mit den Engländern gewonnen Komm, 50 Mill für den G-Wagon, ich hatte ja schon längst Oh mein Gott Ich glaube ich wurde jetzt gerade in einem Spiel bestimmt Ungelogen 15 Mal Furze genannt Oi, Mercedes-Benz Klasse steigt nicht für weniger als 105.000 Euro Und ihr könnt mal 50 G's Halt den Maul, ja man, du bist ein Burnout Oh Oh Ich denke schon Ja, wenn du willst 50 G's Wenn du willst kannst du dazukommen Ja Smart Train Ein bisschen, ne, die war ein bisschen, ein bisschen agro-muschpitt die zwei Putain, Digga Hm? Rolls Royce, Rolls Royce aus Fleisch Rolls Royce aus von der Familie BMW Du fährst all ihm aus den Maulhallen, okay? BMW aus Deutsch Ich weiß gar nicht, was du dazukommen hast Du hast nie was vor dort Nein Wenn das Fleisch in England produziert Miet das aber Dicker von BMW Weil das BMW BMW ist deutsch Ich war aber ein bisschen quäisch geh, ne? Mai, äh Wenn ich noch gar keine Ahnung Was ist hier für ein Energy-Wagon Du hast hier verstanden G-Klasse Das sind auch G-Klassen, die keinen Dicken Das sind G-A-G-Klasse Will ich da kommen? Wenn sie G-Wagon sind, ist das am Anfang die Däuer Das ist die G-63 Und ich könnte umhaut 50 Cheats Nein, nicht vielleicht mehr Genres bei ihm am Gatto Das ist ein Brei-Kopf, oh mein Gott Es sind mit Leuten, die diskutieren, ich keine Ahnung, worüber sie sprechen Ich finde mich wie ein Hund Das war, das liebe so Lobby Und Leute Du kennst ja mit Polnisch, das war nicht Polnisch, weißt du nicht Ich scheine etwa Russisch Das nicht das selbe Ja, meh, du willst fucking Haar Oh, nur nur zwei Kinder Und du willst ja so nüssig Scheiss Du kannst scheinen Ah, ich liebe sie Lobbyen Also Kevin, ich muss zwar so, ne? Du lässt mich oft beleidigt gehen Ich scheine etwa Ich scheine etwa Ich scheine etwa Der Hut, weil du mit Das ist ja nicht dumm, den hätte er 100 Millionen zu mir gesagt Ich scheine etwa Ich scheine etwa Ich scheine etwa Ich scheine etwa Ich bin etwa 50 G's Ich schreibe im dem Und ich werde dir nach 50 G's Wenn ich mich lachse mal Nein, hallo Ich provoziere nicht um mich Wo war Arsch, fies mal im Jungs aus Ah, Insta At UK Ah, mal hier Ich habe schon geguckt Ich fand es ja nicht auf Insta Ah, weil es ja kein Insta wird Ich bei Gib mein Stream alle Münster-Dateien auch immer poste Weil ich schon nicht geändert Ui Wir müssen eigentlich ein neues Schmengen finden Ich krieg die G's Das ist natürlich drin, ja Jo Andy, wenn ich ihm mal das Geld lasse, dann bestellen Auf die Schmiede, das ist ja Ja Ja, ich komm Wir können die Kf direkt mal machen Ah, ich schweilte nicht Fährt kein Thema Die Luxusauto in den Buden, joh Wurde los Und die Pendel gehört doch zu VW AG Alles gehört zu den deutschen Deckeln All die Luxusmarken Außer Bugatti und Lambo Und nach Lambo Göttschischdecker von Audi Der Lambo Ubus hat das selfte Chassis wie den RSQ Irgendeppes Der ist alles Das ist alles Deutschland Das ist alles Deutschland Der Schlipsel aus dass alle Güte die italienische Luxusmarken einfach Fiat gehört Ja Der das ist Wisstern Da könnte jemand Ja, die Gifleiche in England produzieren Dann wird das eigentlich mit All die Stecker die angebaut gehen Sie von den Was denn? Von den? Bugatti gehört doch zu VW Bugatti, ja Ich meine, dass sie noch Stecker für VW haben Das ist aber mehr Französisch wie Deutsch Also Bugatti Offizieller von der Französischen Ich meine, du siehst ein paar Stecker Mit Rolls Royce Mit einem wer? An alle Autos aus Deutsch dran Weil an alle Autos aus Busch verbaut Ja, voilà Also, die Gare Wo schien gesündet No your facts Wo ist dann immer weiter zu versuch Ey, sorry Mit einem M5 auf CS Die Gare dem Rolls Royce auf der Riet Das leck, sorry M5 warst du für bekannt Und Ein Porsche GT3 RS gehört auch schon zur Luxus-Kategorie Wie Just saying Ein Auto für 250 mil Kannst du mir nachzuhören Das ist ein Luxus-Auto Ach Ach In hinschen Auto wo er gesündet hat War der McLaren P1 Da da ist ein Top-Auto Hopp An die nächste Ich bin Sloane mein zweimal heuer Letztes Busch gesehen Aber oft schon hören Da sind sie oft Probleme Und wo gehen sie zurückgeschickt An Deutschland Kommt sie nicht nur hier? McLaren McLaren ist offiziell aus England Ja 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 Ich bin dabei Hoppe Wenn wir heute nur so wunderschöne Lobbys haben wie mit diesen sehr sympathischen Menschen eben Ja Die freundliche Nachbarschaft Oh ne mit's mal Verdammter ehrlich Ah ich guck Andy Rolls Royce In der Tradition des Unternehmens Rolls Royce Das Wurzeln im Bau von Elektroanlagen Kränen und Luxus Rolls Royce auf mir liegen Der Automobilbau ist seit dem Jahr 2000 ein Teil des BMW Konzerts Ne vorhin war es auch schon so Oh wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben gefunden Niemand bewegt sich Ja Activision arbeitet aber lieber an ihrer Kampagne Nächste Kampagne Anstatt sich um dieses scheiß Problem hier zu kümmern Ich muss die Priorität ersetzen Und da hat jemand Easy gekauft Ha Dylan Oh ne Er fand doch im keinen Oh Er fandst du nur rum verloren Oh ne Er ist gut nicht von Hauptsache und sie misst dann Yes Und ich sei denn nun ändern Weil Inazami war ja nicht gut Ja Inazami Hat heute auch Inazami geholt Und du hast dann ganz kreativ Leute die haben einfach von Hanne auf hier gelesen Ah Bleh Das hecht von Hanne auf hier Ah ja mein Nazi Oh mein Gott Oh Ob die Idee wäre ich nicht mehr Oh mein Gott Wenn ihr mal den kulturellen Handlergrund guckt Äh Inazami Also eine Göttin Aus Japan Von dort Und 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 Ich weiß Ja aber so weit sie wolle Also Leute tun echt zu denen Auf dem Schluss Leute tun immer nächt zu denen Ich merke So weit sie hat schnell mal kommen Also Ne Oh ne Hilan Ja Ich Distanziere mich von jeder Sache die er gerade gesagt hat Er kann sein was er will Twitch ist seit Wur und Wur und Wur Wo ist mein Geld Wo ist mein Geld Monte du bist der Beste Ich mag Züge Ich mag Quäzen Baumann schreitet zu Baumann schreitet zu Baumann schreitet zu Das ist ein Verband du So Oh 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 Da merpst du Oh 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 Wie geht's Das ist noch, da ist nachher überhaupt die TTV. Ah, ist auch schlimm. Ne, all die Leute von Twitch sind scheiße. Da tust du dich gerade selber beleidig. Tschüss. Ach Mensch, an den Andy. Nein, den Andy ist wie doch gerade. Das ist scheiße. Die Führung gerade um. Ich bin bloß im Andy, das ist ein Stream um. Oh, schon gucke ich den Thun. Ah, natürlich. Du findest schon drunter die Scheibe. Wenn du es in der Scheibe und du hast wieder Ruhe geblänt. Ja, ich schnaubert das Spiel die Thun aus. Das ist ein Schatten. Der Feind ist in die Führung gegangen. Wer ist hier geschossen? Ja! Ich bin TTV gefällt. Jetzt TTV. 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 Oh, ich glaube ich bin in der Zwischenzeit. Oh, das sehe ich. Ich hätte ein Pesanisch wie Pompkorn. Mangeur de Fritte war. BMW. Ah, da sind Dinge dabei. Oh, ein Schcaven war gebummt. Auf, auf. Wir sind die Führung. Wir haben nicht gesehen, ob wir nicht die Streit gefangen haben. Sie haben kein Schcaven. Ich habe direkt gefangen. Ja, Mann. Wir haben nichts zu tun. Verbündete Drohne im Einsatz. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin schon mal die Läge. Ich bin schon mal die Läge. Ich bin schon mal die Läge. Shut up, ihr fucking Cunt. Spich Englisch. In meiner Nordwelt redest du so auf Englisch. Sowieso die Mensch gesprochen Spruch auf der Welt ist Mandarin Chinese und nicht Englisch. Stränge sind aus der Mittleren Welt schon geändert weil Englisch immer Inder wie Chinesisch. Paki ist meinster. Nee, Inder. Pakistaner sind Asiatland für sich. Inder und Pakistani sind nicht bezahlwürdig. Ja. Das ist nicht bezahlwürdig. Sie sind alles Scammer. Hey, good morning. I'm calling you from the Google Department. Hey, I am under the water. Hey, wo heißt Andy? Please help me. I am under the water. Lade nach! Ich warte am Gaming-Kopf hier, Andy warte. Wie sehe ich denn? Hier gehört sich voll gefräst. Hey, es fällt niemanden. Ich gehe drüben, aber es ist zufällig. Hey, du hast keine nichts gesagt. Ich will dir nicht mehr zu sagen. Ich bin froh, wir sind schon immer im ersten Valkans. Tja. Achtung. Feind ist in der Nähe. Das hier. Der nächste Gegner geht und wir kommen. Wir haben einen direkten Beschuss! Was ist denn da längstens immer? So langweiler. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindlicher wie voll im Anschlug. Das ist die Frau, wo mein Papst rum daheim ist. Geht die mir überhaupt mit Wasser? Dann hat er noch nicht den Kies. Der Feind gewinnt an Boden. Direkt ihn zurück. Ja, dann müssen sie direkt nicht Medikamente geben. Okay. Und dann schauen wir den Dänischen mal einoperiert. Wir waren da und du hast meine Mutter gekommen. Meine Mutter ist mir direkt so auf den Sack gegangen. Das ist mir relativ schnell gegangen. Genau. Ich stehe doch in die Bombe hin eigentlich. Hör auf auf mich zu schießen! Ich muss gucken. Am Mann zockt nicht. Immer sind schnell online. Verbündeter Helikopter schützt es feuert auf Ziele. Wieso darf die eine Alvalzeugung? Weiß ich. Doch jetzt. Ich sagte, ich könnte mich drüben. Das könnte mich drüben. Wann debate ich. Wann heißt die Drohne drüben? Sie ist sicher. Das passt. Das könnte mich manchmal kommen. Das könnte ich dann einfach kommen. Ja, muss ich also lösen. Ich meine Rhythmuskiräne verbunden, weil es ist dann quasi zufrieden. Ah fuck man, du fällst mir in den Hölf auf. Ich fehle mit Handdeck. Na schau, Mann. Oh, der Zegel. Ich will mich jetzt mal installieren, den ganzen Bordel da. Hm. Ganz so einfach. Hey, dass du auf den Komplizieren hast. Ja, keine Ahnung, ich war noch nie so. Ich war nicht so einfach nie so gut. Ich war nicht so einfach aus. Ich finde, ich kann nicht nur auf den Boden. Ich war nicht so einfach. Hey, ich hab nicht so einfach. Was machst du denn da? Oh. Ich schlöte mein Handy nur noch bei Snob. Und da ist ein Teammates in und ich kiehl's. Machina! Immer Spaß! Das ist ein Deutsch-Französer. Schreib dir mal im Stream. Deutsch! Feindliche Drohne im Einsatz! Hoppe! Hoppe! Ja! Stabile Spieler, bitte! Ich bin hinter dir! Wir haben schwer getroffen! Granate! Weg! Feindliche Drohne aktiv! Mach's gar kein Spaß bei einer Last! Nein! Zweitig wohl nicht! Bitein! Kalis! Mission gescheitert! Zurück zur Basis! Gekknackt! Yes! Kalis! 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 Kalis de Tabernak! Kurp! Okay! Okay! Mal hin! Mal hin, jo! Mal hin, jo! Mal hin, jo! Mal hin, jo! Jo! Ciao! Jo! Merci! Ciao! Also, hoppe, wir hören alle auf, nur, dass du Bescheid weißt! keiner von uns hat mehr lust ja ich mache den stream auch aus danke dass ihr alle da wart und einen schönen stand in die woche und bis dann tschüss tschau es geht immer mehr eklisch die dinge tschau tschau ne bis mu oder so tschau tschau gut dann merken sie was tun wir kommen an wenn wir dann 2 kommen